Rick, Sie haben doch sicher schon mal den Ausdruck gehört. Der Kunde ist bei uns immer König. Ja. Das freut mich zu hören. Tja, also hier bin ich. König Kunde. Das ist nicht unsere Verkaufspolitik. Wenn Sie essen wollen, bestellen Sie etwas von der Mittagskarte. Ich will kein Mittagessen. Ich will immer noch frühstücken. Das kann man nicht ändern. Das tut mir schrecklich leid. Ach ja? Wollen wir mal sehen, ob man das nicht ändern kann. Wer hat mein Maschinengewälder? Sie brauchen sich nicht aufzureden. Das passiert etwas. Keine Aufregungen. Hören Sie bitte auf zu schreien. Alles wieder hinsetzen. Hey, 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 hey. Mister? Hören Sie hin. Durch den Türspion bohrt sich ein langer, spitzer Gegenstand. Ein letzter Atemzug blitz langsam auf aus deiner Retina. Leben von der Hand in Mund. Der Hunger wird nicht weniger. Alles lässt mich kalt seit dem Selbstfindungsseminar. Verlasse ich das Haus? Ist die Straße wieder glücklich? Hast du vielleicht ein paar Euro? Denn ich bin gerade nicht flüssig. Pumpen oder töten oder ballern und trainieren. Wenn dein Leben dich so glücklich macht, hast du nichts zu erzählen. Es ist einfach wie es ist. Manchmal regnet's, manchmal nicht. Ich schieße betäubt uns Pfeile aus dem Hubschrauberkong mit. Rocko, Weißen, See, ein Actionfilm ohne Standist. Früher war ich bröhlich, heute lebe ich im Mist. Ich erzünde den Altar, ich spiele in Wahrheit oder anwichtig. Ich hab nur für schlechte Zeiten ein paar Seelen unterm Rücksitz. Die Lagerfeuer, Liedergang, macht Feuer im Bezirk. Ich verteile die Ration und warte, bis die Scheiße wirkt. Bleiben Sie alle ganz ruhig. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Na, was ist denn? Wollen Sie nicht weiter essen? Bitte! Sie brauchen alle Ihre Vitamine. A, B und C. Keine Panik! Waren versehen! Ich bin aus Versehen an den Abzug gekommen! Der ist hochsensibel! Alles okay! Glauben Sie mir! Das wollte ich nicht! Hochsensibler Abzug! Rick, könnte ich jetzt wohl bitte frühstücken?